Mit einer derben Beleidigung, ihr Wohlstandsbauern Ottos, hat ein Kölner Gastronom die Bauern und ihre geplanten Proteste für den 8. Januar massiv diskreditiert. Wir gucken uns mal an, hat der Mann damit recht oder ist das einfach nur Schwachsinn, was da geäußert wird. Moin zusammen, ich bin Olli. Wenn du da bist, jetzt ein Abo dalassen. Wir sehen das, der gute Miro hat das per Ex gepostet. Liebe Grüße gehen raus. Und das Ganze bezieht sich nämlich hier auf einen Expressartikel. Zitat, Bauernproteste, Kölner Gastro, Platz der Kragen. Ihr Wohlstandsbauern Ottos. War mir jetzt noch nicht so bekannt diese Begrifflichkeit, aber gut, der Herr Rabe und seine Frau stehen offensichtlich dazu, die Bauern so zu bezeichnen. Und da muss man doch direkt mal fragen, hat der Herr nicht ganz verstanden, woher sein Bier kommt, das er verkauft, woher die Getränke sind, die er verkauft, woher die Milch ist, die in den Kaffee kommt, woher die Bohnen für den Kaffee kommen, den er verkauft, woher die zahlreichen Lebensmittel, wenn er denn Essen anbietet, herkommen? Also, da fragt man sich doch allen Ernstes, was ist bei solchen Leuten schiefgelaufen, oder? Und was soll es bringen? Ich setze mich auch nicht hier hin und beleidige irgendjemanden, irgendwelche Politiker oder sonst was, in der Hoffnung, Ja, damit gebe ich es denen dann, da habe ich meine Genugtuung erzielt. Das ist doch absoluter Quatsch. Damit ist doch niemandem geholfen. Verstehe ich wirklich nicht die Intention. Aber gut, jeder Jeck ist anders, wie man in Kölle sagt. Und dann sehen wir das hier, Bagatelle Köln, so heißt das Restaurant, wie gerade eben geschildert, ist hier auf der Teuteburger Straße, das ist in der Südstadt in Köln. Und dann sehen wir das Ganze hier, zack, zack, hier ist dieses Posting bereits zwei Tage alt, im Zitat. Liebe Landwirte, wir lieben euch, ihr seid es, die uns ernähren, die uns Butter, Sahne, Mehl, Flösch und so weiter und so fort versorgen und mit Leidenschaft und Herzblut, Ackerbau und Viehzucht zum Wohle eines ganzen Landes betreiben und so weiter. Aber jetzt hier der Teil, der wirklich spannend ist. Ein Teil von euch macht sich gerade massivst unbeliebt und kann uns mal richtig heftig am Hintern lecken. In der Gastronomie haben wir unsere alte, viel zu hohe Mehrwertsteuer zurück. Die personellen Kosten steigen ins Unbezahlbare. Und was beim Thema Energie und sonstigen betrieblichen Kosten hinzukommen, ist der Krieg und Pandemie. Das müssen wir euch nicht erklären. Da sollte man spätestens jetzt doch mal realisieren, ja Moment, woran kann das denn liegen? Liegt das vielleicht nicht an den Bauern, liegt das vielleicht nicht an Parteien wie der AfD, die nicht in der Macht sind, sondern an Parteien, die es waren, sprich CDU, CSU, SPD zur C-Zeit und jetzt aktuell die Ampel? Und gerade als selbstständiger Gastronom sollte man doch realisieren, dass auch die FDP keine liberale Partei mehr ist. Aber gut, es geht weiter. Aber wenn ihr Wohlstandsbauern-Ottos mit euren mächtigen Traktoren jetzt denkt, dass wir die 2 Cent pro Packung Butter nicht mehr vertragen, weil ihr endlich euren schädlichen Diesel versteuern müsst, dann habt ihr euch geschnitten. Also Leute, das ist so ein gequirlter Unsinn, der hier verbreitet wird. Das ist wirklich an Lächerlichkeit nicht zu übertreffen. Wie kann man denn so einen Quatsch ins Internet setzen? 2 Cent pro Pack Butter. Ja, ihr könnt ja mal gerne in den Kommentaren vermuten, was ihr denkt, wie teuer es wirklich wird, die Lebensmittel, wenn es wirklich so kommen sollte, wie geplant ist. Aber gut, die Beleidigungen gehen natürlich noch weiter. Ihr Bauernopfers, Nazis und Schwurbler, seid schlimmer als die letzte Generation, weil mit euren fetten Maschinen auch noch einschüchtert. Ihr seid gefährlich, greift Politiker an, ihr habt keine Eier und kommt immer nur um Rudel. Im Rudel muss es heißen. Gleichzeitig scheint das Wort Innovation ein Fremdwort zu sein. Fast niemand von euch sagt sich der konventionellen Landwirtschaft los und geht mal neue Wege, kümmert sich um Tierwohl oder nachhaltigen Anbau von Obst, Gemüse und Getreide. Hauptsache der dickste Trecker steht vor eurer Scheune und der abendliche Stammtisch bekommt euren Hass gegen demokratische Strukturen ab. Wir lieben alle Landwirte, die sauber in der Birne sind und zu Recht für ihre Interessen kämpfen. Aber diese vaterlandslosen Gesellen, die mit Nazis und dicken Traktoren, Politiker, Doppelpunkt innen natürlich, sehr schön gekennzeichnet, ja Wahnsinn, bedrohen und sinnfrei Gülle auf Straßen kippen. Mit euch möchten wir im Ansatz, nicht im Ansatz etwas zu tun haben oder waren von euch geholfen. Niete, niente, nada, nix. Peace, musste mal gesagt werden. Also, das kannst du wirklich an Lächerlichkeit nicht mehr übertreiben, was das für ein gequirlter Unsinn ist. Und ich verbitte es mir ganz ehrlich, hier auf jede einzelne der schwachsinnigen Äußerungen einzugehen, nur mal auf Tierwohl einzugehen beispielsweise. Es gibt natürlich schlechte Bauern, gar keine Frage, und auch schlechte Zucht in Deutschland. Aber gerade bei den betroffenen Landwirten, die aktuell auf den Straßen sind, das sind meist nicht riesengroße Großbetriebe, wo riesengroße Firmen und Ähnliches hinterstehen, die auf den letzten Cent gucken und alles. Nein, das sind gerade eben kleinere Betriebe. Aber vielleicht möchte er ja noch ein bisschen auf seiner Getränkekarte anpassen. Da sehen wir jetzt hier zum Beispiel, ganz interessant, den Giorgia Meloni B.I.T.C.H. Getränk für 7,50 Euro. Ja, wo kommt denn so ein Likör her? Genau. Ja, ja, Leute, das kannst du dir wirklich nicht mehr ausdenken. Aber wir sehen, die Retourkutsche kommt. Die sahen wir dann hier bei Miro zum Beispiel in den Kommentaren. Zahlreiche sehr, sehr negative Kritiken, die hier geäußert wurden. Aber auch hier der Fokus berichtet darüber nach Wutbeitrag gegen Protestbauern, erntet Gastronomen heftige Kritik, wie es hier heißt. Und das ist nur berechtigt, was jetzt hier teilweise geäußert wird. Es geht ja schon lange nicht mehr nur um die Landwirtschaft am 8. Januar. Gehe ich als Handwerker, schreibt einer, mit meiner Freundin, Krankenschwester, auf die Straße, damit sich im Land, in der Politik was ändert. So geht es nicht mehr weiter, weil es bleibt am Monatsende an Geld übrig. Und genau das ist doch ein toller Kommentar, der hier geäußert wurde, wie ich persönlich finde. Das sind doch zwei Berufsstände, die über die letzten Jahre hinweg massiv gelitten haben, die gerade die Krankenschwestern, für die vor drei Jahren mal kurz abends applaudiert wurde und da war das Thema auch wieder vergessen und Sonderzahlungen und höchste Beiträge und sonst was. Ach, es ist doch alles nicht mehr auszuhalten. Hier, auf Kneipe kann ich verzichten, auf gute Lebensmittel nicht. Ich kaufe bei einem Direkterzeuger. Acht Leute arbeiten 24-7. Sollten die mit E-Trackern fahren und zahlen, obwohl sie kaum auf Straßen fahren. Im Gegensatz zur Gastro wehren sich die Bauern gegen die Regierung. Ich finde es traurig, dass immer wieder die Bauernbranche angegriffen wird, weil sie um ihr Recht kämpft und so weiter und so fort. Zahlreiche Leute, die hier die Kritik äußern. Aber es gibt auch Unterstützer. Es gibt tatsächlich auch Unterstützer. Ein perfektes Statement zur aktuellen Situation. Dieses Gejammer. Der Bauern und Bäuerinnen geht mir auf den Sack. Hochsubventioniert. Es sind keine Subventionen. Es ist weniger Raub. Es sind weniger Steuern, die drauf sind. Das ist keine Subvention. Ich werde nicht... Also langsam reicht's, ne? Fehlen da dem einen oder anderen 4.000 oder 5.000 Euro im Jahr. Ja, das wird der Bauer wohl vertraften können bei den Subventionen, die hoch bleiben. Nein, du kannst es dir wirklich nicht mehr ausdenken. Da ist so viel Unwissenheit von Städtern oder von überhaupt von Leuten, die sich mit Landwirtschaft nie was zu tun hatten und jetzt eine Meinung darüber bilden müssen, wollen. Das kannst du dir wirklich nicht mehr ausdenken. Das ist einfach nur traurig. Aber wir sehen das ja bei zahlreichen, bei allen Themen eigentlich, die wir hier haben. Sei es Tempolimit auf der Autobahn, sei es überhaupt die Verkehrspolitik in Deutschland, sei es das Heizungsgesetz, sei es dies und jenes. Wir haben eine ganz klare Spaltung in Deutschland. Wir haben eine massive Spaltung und es muss jemand kommen, der eine Vereinigung schafft. Eine Vereinigung dieser beiden Lager. Ohne das werden wir weiterhin noch weiter auseinander driften und dann wird es nur noch viel, viel schwieriger, dieses Land wieder perfekt zu einen und zufrieden zu kommen. Das ist ein ganz großes Problem, was ich hier sehe. Aber schreibt mal unten rein. Vielleicht liege ich ja auch falsch und der Gastronom hat hier vollkommen recht. Abonnieren nicht vergessen, haut rein, bis zum nächsten und ciao.